Die Pitchschläge aus 50 Meter gehören ja nicht zu den Lieblingsschlägen der meisten Golfer. In diesem Video zeige ich dir, worauf es ankommt, damit du diese Schläge perfekt meistern kannst. Und wir starten jetzt! Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf. Ich bin PGA Professional im Golfclub Lins St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst, und wenn du in Zukunft nichts mehr versäumen möchtest, würde ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns eben nicht mehr versäumen. So, was sind nun die häufigsten Fehler, die ich bei Amateurgolfen sehe bei diesen Schlägen? Erstens einmal, die meisten machen ein Setup, wo sie den Oberkörper zu stark nach rechts geneigt haben. Und hier möchte ich unbedingt, dass meine Schultern mehr oder weniger parallel zum Boden sind. Wenn die Wirbelsäule so gerade steht, wie du es hier sehen kannst, dann tue ich mir viel leichter, v.a. wenn mein Druck, mein Gewicht am linken Fuß ist, dass ich jetzt hier den Ball steiler treffe. Würde ich jetzt anfangen, meinen Oberkörper nach rechts zu neigen, dann kommt zu viel Druck auf dem rechten Fuß, und ich fange wieder an, hinten hängen zu bleiben. Also, das ist ein riesen, riesen Fehler, den ich fast täglich sehe. Der zweite Fehler, den ich extrem oft sehe, ist, dass extrem weit ausgeholt wird und dann durchgebremst. Ja, es ist so, dass viele wissen nicht, wie weit man ausholen soll bei 50 Meter Schlägen. Es ist ja nicht ganz ein voller Schlag, es ist auch nicht ganz ein kurzer Schlag. Also, was macht man? Man schwingt irgendwie so im mittleren Bereich hier auf. Aber wenn du mal ein Video von dir machst und du glaubst, du schwingst bis zur Mitte, schwingst du normalerweise schon bis hier hinauf. Also, man hat immer den Eindruck, man schwingt kürzer auf, als es dann tatsächlich ist. Kannst du ruhig mal probieren. Nimm ein iPhone und film dich mal. Du bist sehen, du schwingst viel, viel weiter auf, als du denkst. Wie weit schwingen die Profis auf? Die kurzen schwingen ungefähr so weit auf, dass sie circa hier bei der rechten Hüfte ungefähr sind. Das würde bei mir wahrscheinlich reichen für einen 50 Meter Schlag. Das muss man natürlich probieren. Gefühlt aber bin ich mit den Händen noch viel tiefer gewesen. Und das ist eben eines der Tricks, dass du eben versuchst, sogar unter der Gürtellinie zu bleiben, dass du gar nicht hier drüber schwingst. Weil meistens wirst du dann ohnehin hier oben sein. Und du wirst auch nur ungefähr auf dieser Höhe hier die ganze Sache beenden und nicht entweder hier dann kollabieren oder sogar viel zu weit durchschwingen. Also ein gutes Bild ist es, ungefähr von Hüft hoch bis Hüft hoch. Und wenn diese Schläge noch zu kurz sind, dann kannst du dich ein bisschen steigern. Fasthille, der schlecht pitcht, bewegt während des Aufschwungs seinen Oberkörper nach rechts. Sprich, er verlagert seinen Druck auf die rechte Seite. Nicht nur das, er bewegt auch die ganzen Schwerpunkte nach rechts rüber. Und wenn das passiert, geht überhaupt nichts. Das heißt, man muss schon versuchen, wenn man hier links vorne ist, auch links vorne zu bleiben während des ganzen Schwunges oder sogar noch ein bisschen mehr nach vorne zu gehen, wenn man Probleme hat mit fett getroffenen Bällen. Ja, und wie gesagt, einer der fast häufigsten Fehler ist, dass der Schaft nicht weit genug im Treffmoment nach vorne geneigt ist. Und es wäre sehr gut, wenn man ab und zu einmal Schwunger macht, wo man versucht, hier ein bisschen das in Zeitlupe zu machen und sich vorzustellen, aha, jetzt ist der Schaft nach vorne geneigt und versucht auch dabei den Boden auf der richtigen Stelle zu treffen. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt nur den Schaft nach vorne geneigt habe, aber ich kann nicht mehr zum Boden runter und schlage lauter Tops. Das heißt, auch wenn du diese Übungen machst, bitte, beginne nicht zu weit nach vorne geneigt, sondern eher neutraler und versuche das dann zu steigern, dass du im Treffmoment mehr nach vorne geneigt bist, wie hier, und schaue, ob du auch den Boden auf der richtigen Stelle triffst. Ich bin überzeugt, du konntest aus diesem Video etwas lernen und hier findest du noch ein Video, das du dir auch unbedingt anschauen solltest. Bis bald!